es ist noch januar ich drehe jetzt die 48 an vieles nicht passiert ich war jetzt ich glaube irgendwann dauern eine woche oder zehn tage nicht hier aber es war schon ziemlich kalt und ja ich habe jetzt hier neben dem wix was gesehen und dann gucke ich ob da hinten wo die kids chillen was ist sie zumindest vom auto so aus und haben wir das schon mal angedreht der rest ist geblieben wie vorher mit dhk und so weiter ja das ist aktuell wie gesagt ist irgendwie irgendwas mit ist nicht zu ende gemalt das eine august ist gut davor war auch schon irgendwie ein piece wohl da aber ich finde es gar nicht schlecht ich mach mal hier weil ich weiß nicht wie das mit licht ist bis fertig mit dem grünen glow ich weiß nicht ob das tag dazu gehört tnmbk und dann die andere seite ist nicht fertig ich gehe einmal kurz rüber an die andere stelle weil sonst ist ja alles ziemlich gleich geblieben schaue ich mir das einmal an dann we gonna see see the ship ist auch halt saukalt die letzten tage ein stück ist noch da aber ich freue mich ein zweites sorry marte ein rest von meinem kopf ist da liebe grüße gehen auf jeden fall an usi raus frohes neues usi wenn das technisch wäre hätte ich länger gebraucht sehr schön mit dem weißen ausleihen zu den buchstaben ich finde auch das braus ist schön geworden hart laut ne ja grüße gehen raus dritter februar internationales fußballturnier ich habe sogar einen parkplatz bekommen was ich sehr witzig finde und da hinten ist auch noch ein motorradtraining sehe ich gerade aber ich gehe gleich hier noch mal zu fuß hin und will vorher einmal schnell den aktuellen sampler beenden der hat über drei wochen gedauert aber ich sehe gerade ist viel passiert übertrieben viel los kommt mal jemand hat die säule sogar angemalt und chance ganze seite ist neu ja gut ich fange einfach mal da an wo sehr stabil vorgestrichen sieht cool aus alles wir haben einmal rex diesmal mit set gut boys crew das ist ein bisschen neue chess also das mit gut boys weiß nicht habe ich glaube ich nicht drin in meinen links so ich denke eigentlich ein a zu wild für mich gerade und ich will ein bisschen schneller machen warte ich muss noch mal zurück dann habe ich das ganze als foto so stabil also mit übertrieben bunt ja man gut gehen wir weiter alles neu bis auf DRK glaube ich das ist auch neu ich kann es lesen abm sehr geil also sehr sehr coole elemente dieses rote licht da dieses grüne raster wie beim militär aufsache radare jetzt gehen wir mal hier lang aber das kanntet ihr immer noch ein sehr stabiler style ich fotografiere trotzdem noch mal mit dann gibt es 9 zöl und lucius für sehr bunt gefällt mir gut weil der letzten male immer weniger farben genommen hat diesmal viel viel mehr es wird auch ein langer sampler auch wenn ich die nummer gerade nicht weiß ich habe ja den anfang schon mal angedreht und lucius mit grüße zu segas ist auch sehr gut aus schön bunt diesen orangenen ding hier dollar zeichen oben in der ecke neben dem spinnweben stabil ja gut und das halt ne ok muss man nicht mögen kann man mit leben so ok ich weiß ich kann das was drunter war auch nicht lesen aber schön doch stabil mag ich freue ich mich jedes mal guck mal die ganzen autos alter deswegen komme ich nachher mit schirm und zu fuß jetzt bin ich einmal weg ich laufe mit euch nochmal hier lang das sind jetzt gerade mal drei minuten gewesen wie ich sehe jetzt habe ich an manchen stellen zu kurz gehalten die kamera dann könnt ihr jetzt noch mal sehen ja da habe ich noch ein musik gehabt der war neu hier den wix one den werdet ihr sehen da habe ich aber selber drüber gemalt ich weiß aber nicht ob ich mein bild mit rein nehme und das hier komplett neu da habe ich mich war ich mal hier da diese was gestrichen aber dann doch nicht gemalt ich glaube ich als foto das mit dem junks finde ich witzig das r2 gbs finde ich witzig da oben aber ich weiß nicht ob das gut ist wenn da halt gemalt wird aber das sieht gut aus ma.de harte tschüss leute bis bald